Ahoi, Ahoi, Ahoi ihr Lieben! Wie geht es euch? Mein Name ist Kansha und es geht weiter mit einem Booster Pack Opening in dem Spiel Pokémon Trading Card Game Online. Ja ihr Lieben, wir haben hier 6x Sonne und Mond Booster Packs am Start. Dann haben wir 3x XY Evolution Booster Packs am Start und 1x XY Turbo Fieber Booster Pack. Ja ihr Lieben, wo wir schon mal bei diesem Booster Pack sind, denke ich mal, dass wir das gute Stückchen öffnen und wir hoffen mal, dass wir einen guten Start haben werden. Und ich hoffe, dass dieses Video vom Inhalt her besser wird als das zweite Video, weil ich das zweite Video, ich fand es trotzdem cool, aber ich meine halt die Karten. Im ersten Video waren die Karten ja Overhammer, im zweiten Video waren die Karten auch Hammer, richtig coole Holo Karten gezogen. Nur ich habe keine GX Karte gehabt. Naja, das ist jetzt kein Grund zu meckern, aber ihr wisst ja wie es ist, man hat ja Bock auf solche Karten. Wie dem auch sei ihr Lieben, jetzt haben wir weitere 10 Booster Packs und ja, in diesen beiden Karten verstecken sich wunderbare Karten. Schauen wir uns die mal genauer an und das ist einmal ein Panda Grow, die Reverse, nice, 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 schmeckt. Und Radikal. Oh, okay, cool. All klar, so sehen also die Karten aus den Booster Packs von XY Turbo Fieber aus. Ja ihr Lieben, wir haben jetzt drei Evolution XY Booster Packs, die öffnen wir auch mal. Du hast diesen halt, ne, 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 nicht zum Tausch markieren. Ne, 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 hier, öffnen. Richtig. Ich will die nicht tauschen, ich will die öffnen mit euch. So. Die Maus sollte weg. Yo. Alles klar? Magnetilo ist neu in unserer Sammlung. Ach, das ist ein Reverse Arc, okay, cool. Und? Yo, mega Taubos EX ist im Haus. Nice, nice, nice. Diese Karte gefällt mir, ihr Lieben. Yup, yup, yup. Ich bin der Meinung, wir öffnen sofort das nächste gute Stückchen. Yo, ich hoffe, wir werden nochmal so eine coole, mega Entwicklungskarte ziehen. Oh, Smogon ist die Reverse? Krass, die habe ich gar nicht bis jetzt gehabt, auch im echten Leben habe ich sie noch nicht, also als Reverse. Und? Dick da. Ja, von dieser Karte habe ich einige. So, wir können noch ein Booster Pack der Evolution XY Reihe öffnen, das ist auch der letzte Pack. So, Nebulock, Vulcano, Glomanda, Capodor, Sanda, Trainerkarte. Oh, was, okay, okay. Quapo ist die Reverse. Krass. Und dazu ist hier auch eine Sternkarte. Ich wollte schon ausprobieren, Steinkarte sagen. Lektoball ist die Sternkarte. Uh, Kokowai. Aber nicht das normale Kokowai. Krass. Und? Was ist denn hier drin? Ach, hör doch auf, ein surfendes Pikachu, was haben wir denn vier? Ich sag mal, vier coole Karten, aber ganz besonders drei coole Karten. Einmal ein surfendes Pikachu, dann das besondere, besser gesagt, das seltene Kokowai, davon gibt es ja auch eine seltene Karte von Dodo. Und hier ein Lektoball und einmal die Reverse bei Quapo. Toll. Also ich bin zufrieden. Ich würde gerne auf fertig klicken, aber Quapo steht mir im Weg. So ihr Lieben, jetzt haben wir hier noch sechs weitere Booster Packs der Pokémon Sonne und Mond Kartenreihe. Die werden wir jetzt gemeinsam öffnen und ich hoffe, dass wir hier eine GX Karte ziehen. Also ich weiß, dass in den Evolution X und Y Booster Packs keine GX Karten da sind. Wie ist es denn da mit den XY Turbo Fieber Booster Packs? Da muss ich mich nochmal genauer informieren. Okay. Die Reverse Karte ist Mabula. Dragoran, Holo. Schön. Schön, 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 schön. Ich habe eine Dragoran EX Full Art Karte am Start. Auch im echten Leben. Und die ist sowas von nice, ihr Lieben. Yo. Achso. Wenn ihr wollt, könnt ihr sehr, sehr gerne auf meinem Discord Server eure coolsten Pokémon Kartenbilder einfach mal reinposten. Ich würde sie mir sehr, sehr gerne anschauen, weil ich bin ein großer Fan von... dieser Sache. Und... Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir können ja später nochmal auf dem Discord darüber chatten und Mantidea GX ist im Haus. Nice. Boah, wie cool. Und eine Full Art. Ich liebe diese Karten, die sehen so cool aus und die Pokémon sind so leicht und so dünn gezeichnet. Also, nur so ein blauer Strich halt. Und ja, es sieht einfach, einfach aus. Einfach, einfach aus. Yup, yup, yup. Kancha und seine Vergleiche. Yo. Der nächste Booster Pack ist da. Okay, was haben wir jetzt schon wieder für tolle Karten am Start? Yo. Akro Stella ist die Reverse Karte. Nice. Oh, noch eine Holo Karte und zwar Tohaido. Oh, geil. Die Sammlung wird immer voller und voller. Oh, ganz ehrlich. Ich mag Holo Karten. Und sobald ich einmal eine GX Karte gezogen habe, bin ich total zufrieden. Und wenn danach noch Holo Karten kommen, dann bin ich extrem zufrieden. Yo. Oh, Pilipa ist die Reverse Karte. Aber sie ist keine Sternkarte. Austaus ist die Sternkarte. Okay. Austaus benutze ich sehr, sehr gerne in Pokémon Sonne und Mond. Und davor habe ich das sehr gerne in den Editionen Omega Rubin und Alpha Saphir benutzt. Ist ein heftiges Monster. Das sage ich euch. Lusardin ist die Reverse Karte. Und Fueko ist die Sternkarte. So, ihr Lieben. Das ist jetzt der letzte Booster Pack. Mal schauen, was uns erwartet. Die Reverse Karte ist... Oh, Silvaro. Nice. Für mein Pflanzendeck. Geil. Haryama. Ja, ihr Lieben. Das war doch lustig. Mir hat es Spaß gemacht. Wir haben eine GX Karte. Und zwar die Mantideas GX Karte gezogen. Und darüber bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich würde mal sagen, ihr Lieben. Das war ein kleines, nettes Video. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Macht es gut. Und dann geht's gut. Und dann geht's gut.